Ich habe gerade echt ein unangenehmes Gefühl, sorry. Oh mein Gott! Okay, ich hätte mit dem rechnen sollen, aber habe ich nicht. Oh, mein Herz hat gerade ein Salto geschlagen. Mein Herz hat gerade... Okay, ich habe damit wirklich nicht gerechnet, ich bin so sorry. Oh ja, Essen ist bei mir immer ein Thema. Heute koche ich, was ich zu tun habe, wenn ich esse. Entschuldigung, ich will hier weiterfahren. Ich will nicht in der Horroretage stehen bleiben. Das hat kurz geruckelt, ich habe irgendwas geschickt. Okay, gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich könnte rein. Ich bin heute total schreckhaft, es tut mir so leid. Ich kann nicht mehr. Ich bin eine alte Lady, ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Ich versuche, über das Spiel auch zu tricksen, indem ich mich nicht direkt umdrehe, sondern erst nach unten gucke und mich so umdrehe. Aber es bringt nicht wirklich viel. Das Spiel macht mich fertig. Boah, ist das hell. No, 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 no. Ah! Der Typ dahinten geht ab, ha? Nz, 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 nz. Nicht angreifen, ja? Ah! Boah, das war unglaublich, das war unglaublich gruselig. Okay, ich brauche heute keinen Kaffee mehr trinken. Ich wette nicht, ich werde verfolgt. Und jetzt? Weil ich mal rausgehen sollte und fragen sollte, ob alles okay ist. Das klingt nämlich nicht gesund. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, weil irgendwie das Ding sitzt da immer noch draußen und macht einen auf Glurak. Ich bin so fett. Es ist verpackt! Hey, na? Das ist doch verpackt, oder? Hey Bro, brauchst du irgendwie Hilfe, oder? Oh... Wow! Wow, okay! Oh, boi! Ja, was kann ich dafür, wenn das Ding verpackt ist? Ich dachte halt, ich gehe halt einen Raum weiter, aber irgendwie bleibt das Ding hier stecken. Auf einmal kommt es so angezischt. Ich dachte, ich mache mir einen Hemd, ey. Hi. Na? Oh, okay. Ja, wir fahren ja alle gemeinsam. Ist das ja auch Mittagspause gerade? Ich auch. Ich bin der Neue. Übrigens. Was? Wo sind wir? Hey. Na, Mittagspause ist zu Ende? Ja, meine auch. Oh Mann. Ihr macht mir so Angst. Wie ist es? Wie ist es? Bewege dich, das musst du mir nicht zweimal sagen, Schwester. Bin ich jetzt bei Jurassic Park oder was los? Ich glaube, es ist egal, wo du hier hingehst. Du bist immer irgendwie richtig, weil das Spiel dreht das schon irgendwie so. Das... Mann, schon wieder! Es ist... Das Spiel macht mich fertig. Das hat Lea Sophia schon einmal gemacht, nämlich im ersten Teil. Du stehst vorm Fenster, schaust dir deinen Raum an, drehst dich um, auf einmal stehst du in diesen Raum. Und ich bin jedes Mal so fasziniert, wenn sie diesen Move machen. Weil ich den echt gut finde. So wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich. Ich brauche nicht nochmal gejagt werden. Ah! Verdammt! Hört doch auf! Das kann ich mir... Ich habe richtig gezuckt gerade. Ich wollte eigentlich gerade aufstehen und weglaufen. Scheiße, Mann. Okay, ich will eine kleine Wette abschließen. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert, aber momentan sieht es danach aus, als wenn... Wenn ich den Hebel umlege. Dass dieses Monster vor mir erscheint und dass wir einmal ringe, ringe Reihe spielen müssen und dann zu laden dazu kommen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, das passiert doch gar nichts. Das kann natürlich auch sein.